Bei dem versuchten Anschlag in München hat der Täter mehrfach auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokumentationszentrum geschossen. Der 18-Jährige habe zwei Schüsse auf das Konsulatsgebäude abgegeben und dabei Glasscheiben getroffen, sagte der Einsatzleiter des Münchner Polizeipräsidiums. Zuvor habe er versucht, von einem Parkplatz aus über ein Auto den Zaun zum Generalkonsulat zu überwinden, was ihm aber nicht gelungen sei. Der 18-Jährige Österreicher, der nach Angaben der Salzburger Polizei bosnische Wurzeln hat, hatte am Donnerstag in der Nähe des israelischen Generalkonsulats auch Schüsse auf Polizisten abgegeben. Daraufhin wurde er von Einsatzkräften erschossen. Ein Polizist und eine Bürgerin erlitten demnach ein Knalltrauma. Geprüft werde, ob der Täter womöglich aus islamistischen oder antisemitischen Motiven gehandelt habe, sagte die Generalstaatsanwaltschaft München. Nach Erkenntnissen der österreichischen Polizei habe sich der Täter offenbar in den vergangenen Jahren islamistisch radikalisiert. Die Generalstaatsanwaltschaft München und die Polizei gehen von einem terroristischen Anschlag aus.